Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen N-Runde Aura im Quatsch der Achtenschwung. Na, ich werde wahrscheinlich jetzt wieder zweimal aufnehmen, weil ich in der ersten Runde... weil die Aura ja mal kurz ist, für mich nicht, nicht, nicht. Ich hab nur einmal aufgefliegt, habt ihr gehört. Oh, ein KB! Hm. Hm. Oh, ein KB. Ich hab einen Screenshot gemacht, ne? Ähm. Du könnt ja mal schreiben, welche Handyserie ihr am liebsten guckt. Zur Zeit guck ich sehr gerne von Star Wars Rebels. Das ist auch sehr cool. Ähm. Du könnt ja mal schreiben, ob ihr jetzt auch guckt. Ähm. Und heute Abend kommt auf diese Channel eine neue, äh, kommen drei oder vier neue Folgen. Und ihr werdet es sehen. Was ist das passiert? Und ich komm da jetzt nur drauf, weil ich grad eben, ähm, was mit, das mit meinem kleinen Butter gestalt habe. Und ich hab die Gäste. Ich hab die Gäste. Oh Gott. Wieso, dann kann ich immer alles da rumdenken? Ok, jetzt! Da hab ich ein Problem gesagt. Und ich hab die Gäste. Das kann ich auch mal benutzen wie du kannst. Der nen Schwer. Zur China! Ah Gott, ich hab mich nicht gesehen. Chill your life, Alter. Chill your life. Oh Gott. Super? Oh! Oh! What? So. Dann, Tina! Jetzt glaube ich noch gar keiner gestorben. Das ist crazy. Und da geht's doch schon weiter. Ja, ich komm gleich! Ich komm gleich! Ja. Au! Ja, ich komm gleich! Okay, Leute, jetzt wird's von dieser Folge. Schreibt mal in die Kommentare, welche eure Richtung sind. Und ja. Ja.